Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über Bodywork360 geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Wie seine Magen im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Das Bodywork360 Advanced ist ein Trainingsprogramm für Fortgeschrittene oder genauer gesagt für solche, die schon circa seit zwei Jahren trainieren. Er soll den Körper auf das nächste Level bringen, falls man gerade das Gefühl hat, dass das Training sonst keine Erfolge mehr zeigt. Es besteht aus einer Kombination mit Ernährung und Training und wurde von Karl S. zusammengestellt. Wer ist Karl S.? Karl S. erlangte an Popularität durch seine regelmäßigen Videos auf YouTube. Zudem arbeitet er auch als Fitnessmodel und Fitnesstrainer. Er ist auch selbstständiger Unternehmer mit dem Ziel nachhaltige Produkte für die Fitnesswelt anzubieten. In seinem Shop findet man unterschiedliche Trainingsprogramme und sein Buch vegan fit. Unsere Zukunft ist vegan. Der Bodywork360 Advanced Kurs von Karl S. beherbergt insgesamt 109 Videos. Wer den Kurs kauft, bekommt außerdem noch Zugriff auf alle anderen Programme im Mitgliederbereich, was nochmal enorm viele Videos sind. In dem Kurs haben wir einen Teil für Ernährung und den Teil für das Training. Training splitet sich auf in Intensity Training, Spezialtraining, Schocktraining, HIIT Training und Schwachstelle Training. Ernährung. Hier sind hauptsächlich noch ergänzende Informationen hinzugekommen, da das Wesentliche schon in den anderen Bodywork360 Programmen enthalten ist. Man lernt vor allem aber, wie man sich eigene Ernährungspläne erstellen kann, wie man den Körperfettanteil auf Unterzenten senkt und wie man Supplements einsetzt, um das Training zu fördern. Training. Unter Training werden Push Day, Pull Day und Leg Day aufgeführt, sowie im zweiten Teil Oberkörper, Unterkörper, Brust und Arme, Rücken und Schulter und Beine. Alle Trainings werden erst theoretisch eingeführt, das heißt, es gibt vorab alle Informationen zu den Übungen und eben die Theorie hinter den Konzepten, wo auch die Wirkungsweise erklärt wird. Dann geht es zum praktischen Teil, wo die Übungen vorgeführt werden, damit man sie nachstellen kann. Intensity. In diesem Kapitel geht es um negative Wiederholungen, patrielle Wiederholungen, Reduktion, Supersätze, Restpause-Sätze, wie man korrekt Übungen mit passenden anderen Übungen mit Workout austauschen kann. Spezialtraining. Das Spezialtraining zielt darauf ab, einen einzelnen Muskel zu trainieren, damit dieser wächst. Folgende Muskel werden hier bearbeitet. Quadrizeps, Beinbizeps, Brust, Trizeps, Bizeps, Rücken, Anduktoren, Nacken, Schulter und Glätois. Schocktraining. Beim Schocktraining sollen bestimmte Muskelgruppen auf neue Art und Weise angesprochen, also gereizt werden, im weitesten Sinne also geschockt. Das eignet sich eben besonders für Fortgeschrittene, wo der Körper schon alles kennt und anderen Input braucht für neue Erfolge. Schocktraining braucht es für Arme, Brust, Rücken, Beine, Schulter und Nacken. Wie immer wird zuvor in der Einleitung auch die Einzelheiten des Schocktrainings erklärt. HIIT-Training. HIIT steht für High Intensity Interval Training und ist ein effektives Cardiotraining. Der Körper wird für kurze Intervalle immer auf höchste Intensität gearbeitet. Bei Bodywork 360 Advanced passiert dies über den HIIT-Zirkel mit Gewichten. Zur Auswahl stehen drei verschiedene HIIT-Pläne. Schockstellentraining. Wenn man merkt, dass bestimmte Muskeln nicht so mitwachsen wie andere Muskeln oder diese einfach schwächer sind, dann kann man mit dem Schockstellentraining arbeiten, um alle Muskeln auf das gleiche Level zu bringen. Angeboten wird es für alle Muskelgruppen des Körpers. Wie bereits erwähnt, erhält man noch Zugriff auf die anderen Bodywork 360 Programme. Bodywork 360 ist das Pendant zum Advanced mit dem Unterschied, dass dies Programm für Anfänger und Einsteiger ausgelegt ist. Auch der Aufbau sieht hier ganz anders aus, denn es ist quasi ein Weg, der zusammengegangen wird. Man fängt an beim aktuellen Ist-Zustand, der berechnet wird und man wird aufgefordert, ein Vorherbild zu machen. Dann geht es an die Auswahl des Ziels und man lädt seinen eigenen Ernährungsplan und Trainingsplan. Nach 30 Tagen soll man ein Update hochladen. Nach einiger Zeit wird auch der Trainingsplan geändert, da man sich hoffentlich verbessert hat. Nach sechs Monaten kommt dann das finale Nachherbild, wo man hoffentlich eine Transformation sehen kann. Der Bodywork 360 Advanced ist der teuerste Kurs von KLS, da er im Prinzip alles andere enthält. Bei der Zahlung hat man verschiedene Optionen. Entweder man zahlt monatlich 29,95 Euro, jährlich 399 Euro oder man holt sich den lebenslangen Zugang für eine Einmalzahlung von 499,90 Euro. Die Zeit wird Bodywork 360 Advanced. Eigentlich passe ich nicht perfekt in die Zielgruppe, da ich mich nicht vor dem Kurs schon jahrelang mit Fitness beschäftigt habe. Ich habe ihn mir dennoch zugelegt, da ich gerade in einer meiner besten Phasen war und durch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte, da ich ja auch Zugang zum Anfängerkurs bekomme. Mein Training war also immer ein Misch aus beiden Sachen, das heißt, ich habe den Trainingsplan verfolgt, der im Beginnerkurs vorgeschlagen wurde, habe aber viele Tage ersetzt mit HIIT Training und der Intensity-Reihe sowie dem Schock-Trainings. Und genau das ist auch das, was mir so gut gefällt, die Mischung, die Abwechslung. Es waren auch viele für mich neue Übungen dabei, sodass es auch einfach interessanter war und blieb. Ein abwechslungsreiches Training macht mehr Spaß und motiviert stärker, wie ich finde. Gut sind die Videos an sich, an denen kann ich nichts aussetzen. Die Erklärungen sind gut, die Übungen werden perfekt in Szene gesetzt, sodass man genau weiß, wie man sie nachmachen muss. Wer ganz sicher gehen will, der sollte den theoretischen Teil nicht überspringen. Da lernt man nicht nur eine Menge, es hilft auch für das bessere Verständnis der Übungen und ich bin immer ein Fan davon, etwas nicht nur blind zu kopieren, sondern es auch verstehen, denn so kann man Fehler vermeiden. Ich verfolge den Kurs schon seit vier Wochen und sehe auch Ergebnisse im Spiegel. Der Muskelaufbau wurde definitiv vorangetrieben, denn so schnell ging es bei mir sonst noch nie. Nochmal 30 Euro im Monat zu zahlen neben dem Beitrag für das Fitnessstudio ist zwar happig, aber in meinem Fall hat es sich gelohnt. Ich habe mir erst einmal vorgenommen, das Bodywork 360 Advanced weiter durchzuziehen, bis ich vielleicht alles verinnerlicht habe, sodass ich den Kurs nicht mehr brauche. Mein Fazit, eine Empfehlung für alle, die das Gefühl haben, beim Training nicht mehr weiterzukommen. Oder für solche, die es mir nachahmen wollen und sich eine individuelle Mischung aus Anfänger und fortgeschrittenen Training zusammenstelle. Man bekommt ein Rundum-Paket aus Ernährung, Theorie und Praxis. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Floh von produkt-kenner.de